Ja, hallo Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge von Minecraft Beyond und wie ihr hört bin ich ein bisschen erkältet, liegt daran, ich war im Urlaub bei 20 bis 25 Grad und komme hier wieder und es sind gleich 1 Grad, 2 Grad, Schnee, Regen, alles eklig, aber Gott sei Dank nicht allzu viel Schnee wie andere haben von euch vielleicht sogar. Ja, auf jeden Fall hat es mich ein bisschen erwischt, nichtdestotrotz wollte ich wieder ein bisschen aufnehmen, Minecraft zumindest, damit wir diese Woche noch über die Runden kommen, ich weiß nicht, ob ihr das eine Video gesehen habt, was ich so vorproduziert habe, wo ich so ein bisschen erzähle und euch natürlich auch ein frohes neues Jahr wünsche, das habe ich beim letzten Mal komplett vergessen, weil ich war da doch sehr müde, ist wahrscheinlich auch aufgefallen, aber gut. Gut, so, ich wollte ja hier Bänke bauen und ich denke mal, wir brauchen dafür Dekokraft, weil damit kann man echt schöne Stühle, Bänke und sowas alles bauen, dafür müssen wir natürlich erstmal hier dieses Ding bauen, wir müssen jetzt erstmal Kaktus finden, damit wir grünen Farbstoff machen können und was haben wir noch, Butterblumenwand, das war, ja, Mohn, Tulpen, alles was so rot ist, müssen wir finden, vielleicht kriegen wir sogar hier rote Beete drüben beim Dorf, muss ich mal gucken und was brauchen wir noch, hier war noch Lapis, ne, ja, genau und das müssten wir ja unten haben hier in unserer Schmiede, also da müssten wir jetzt nicht so weit gehen. Wir hatten uns ja hier diese Diamantaktion gemacht, damit wir vielleicht mal in den Nähter kommen und Gabi hatte gesagt, jetzt fehlen noch die Stützen, die fehlen tatsächlich, die habe ich irgendwie völlig vergessen, davon hatte ich in den davor folgenden Folgen mal geredet, dass ich das abstützen möchte. Muss ich mal sehen, wie ich das mache, ich würde das im Grunde am liebsten so ein bisschen schräg abstützen, aber das weiß ich noch nicht genau, wie ich das mache und so, dass es einigermaßen gut aussieht. So, wir müssten in die Wüste und ich weiß nicht, wo die Wüste ist, hatten wir hier jemals eine Wüste gefunden? Ich habe keine Ahnung. Achso, die Bäume wollte ich dann vielleicht auch nochmal ersetzen hier mit diesen Kirschbäumen, aber das machen wir dann später. Wir gehen jetzt erstmal Farbstoff sammeln, was bestimmt nicht einfach wird. Gut, hier Tulpen, die kriegen wir. Da können wir uns ein paar mitnehmen. Sämtliche rote Pflanzen brauchen wir. Soll nicht das Problem sein. Kriegen wir hier vielleicht irgendwo auch grüne Farbstoff hin? Daraus wahrscheinlich eher nicht so. Gelb würden wir hinkriegen, aber nee, Gelb brauchen wir nicht. Da haben wir noch Rosen. Hatten wir zwei von diesen Wienkörben schon gestellt? Ich glaube, da habe ich noch nie reingeguckt. Achso, konnte ich die nicht irgendwie auswählen? Nee, die scheinen noch nicht mir zu gehören. Okay, ich brauche eine Wüste. Ich weiß nicht, wo eine ist. Jetzt habe ich ein Ei mitgenommen. Ja, geil. Da ist ja auch schon wieder so ein Bienennester. Okay, Bienennester haben wir hier genug. Können wir auf jeden Fall alle mal abbauen. Hier ist auch gleich eine Höhle. Waren wir schon mal drin, okay? Kriegen wir hier vielleicht sogar grün Farbstoff raus? Nein, wir kriegen da Karotten. Okay. Okay, dann nicht. Dann suche ich mir halt was anderes. Ich dachte, wir könnten uns irgendwie sparen, eine Wüste zu finden. Weil ich weiß echt nicht, wo wir eine hatten. Kriegen wir da? Sag mal, das sind ja alle die Pflanzen. Warum nehme ich denn so eine Pflanze mit? Ich will Farbstoff. Das wäre jetzt mal ganz schön. So, wenn wir die jetzt hier reinziehen, da kriegen wir aber roten Farbstoff raus. Ja, okay. Aus einer Karotte wahrscheinlich nicht. Nee. Raps hätten wir da. Warte mal, wir könnten ja mal zum Dorf gehen, ob die rote Beete haben. Dann würden wir uns roten Farbstoff nämlich sparen zu sammeln. Ja, ich werde immer so ein bisschen husten und meine Stimme hört man ja, dass die sich ein bisschen angegriffen anhört. Aber ich denke mal, das werden wir überleben, oder? Werde vielleicht heute drei, vier Folgen aufnehmen. Und dann... Das wird zumindest bis zum Wochenende kommen. Wo ich dann neu aufnehme und dann hoffe ich, dass ich wieder ein bisschen gesunder bin. Aber das war ja vor dem Urlaub schon, dass ich krank war. Kommen wir aus dem Urlaub wieder gleich wieder krank. Das ist das Beste, was man machen kann. Ach, das ruckelt hier wieder. Habt ihr rote Beete hier, Kollegen? Das sieht absolut nicht danach aus, war Karotten? Überhaupt nicht. Ist ja echt schade. Schade, schade. Wenn ich wüsste, wo eine Wüste ist. Da hinten steht so ein komischer Baum, aber das steht ja auch nicht in der Wüste, ne? Komm, gehen wir hier mal lang. Das Gute ist ja, wir werden immer unser Zuhause finden. Weil das ja von diesen... Na ja... Leuchtfackeln da... Angezeigt wird. Das ist das Schöne. Wir können überall hingehen und sehen die. Obwohl, ich weiß gar nicht, wenn man weit genug weg ist, ob man die dann noch sieht. Ups. Ey. Okay. Gehen wir hier durch. Sparen wir uns jetzt rüberklettern. Ist auch hier schön. So rote Blumen finde ich jetzt ja nicht, ne? Kann man sich da draus... Pfingstrosen. Nur mal kurz gucken, ob man aus euch... Man kann aus euch Farbstoff machen, aber das ist nicht so interessant. So, die Sachen brauchen wir nicht. Eier brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Ja, die können wir nebenbei mal knabbern irgendwie. Wir werden bestimmt mal Hunger bekommen. So, gut ist, dass ich mit einem Spaten durch die Gegend renne, wenn Monster kommen. Habe ich gleich einen Spaten in der Hand. Ah ne, die habe ich ausgeschaltet. Brauchen wir jetzt für die Reise auch nicht anmachen, oder? Falls wir in eine Höhle gehen, mache ich sie kurz mal an. Aber ich wollte jetzt nicht hier unbedingt auf der Reise sterben. Na? Ähm. Hoch. Mit dir. Das sieht halt nicht nach Wüste aus hier, ne? Das sieht aus, als ob wir hier im immergrünen Wald sind. Hm. Da hinten wären Pilze. Ich weiß auch tatsächlich nicht, ob wir je schon eine Wüste gefunden haben. Den wies ich nun nicht. Und Ton könnten wir unterwegs mitnehmen. Weil den brauchen wir für unsere... Für unseren Deko-Kraft, denn auf jeden Fall. Wo wir hier gerade welche finden. Nehmen wir den mal kurz mit. Weil soweit ich weiß, braucht man Ton für die Sachen. Oder braucht man da wieder Farbstoff? Ich habe keine Ahnung. Wir nehmen einfach mal Ton mit. Kann nicht schaden, wenn man es bei hat, oder? Ein Ei unter Wasser. So sind die Fische entstanden. Ein Huhn hat ein Ei ins Wasser gelegt. Achso, ich hätte mir mal ein Bett mitnehmen sollen, ne? Dass wir unterwegs schlafen können. Na gut, vielleicht finden wir ein Schaf. Warten wir mal kurz scheren können. Sonst müssen wir in der Nacht rumlaufen. Also es wird ja den Dach sehr dunkel manchmal. Habe ich dich nicht gerade weggenommen? Das Einzige, was ich hier wirklich bei Beyond nicht mag, ist, dass es andauernd ruckelt. Na komm, den kriegen wir noch. So. Dann haben wir ja schon ganz schön viel Turm wieder zusammen. Ist ja schon mal nicht schlecht. Für haben wir den 1-Stacks weiß? Naja, komm, das reicht doch erst mal. Wir wollen es ja nicht übertreiben, wa? Wir sind ja im Grunde auf Farbstoffsuche. Und am liebsten wäre mehr rote Beete als rote Blumen. Weil irgendwie finde ich gerade überhaupt keine roten Blumen. Gut, was nicht heißt, dass ich jetzt mehr rote Beete gefunden habe, wa? Mystischer grüne Blumen. Komm, du machst doch bestimmt... Mystisches grünes Blütenblatt. Das brauchten wir. Warte mal. Für irgendwas brauchten wir... Achso, dafür bräuchte ich so ein Ding. Okay, da kriegen wir zur Not auch hin, wa? Ruben-Stick. Eine Schüssel. Was wäre denn schon mal was Grünes, ne? Nimm mal einfach mal mit Hubs. Naja, hier kommt man nirgendwo hoch. Haben wir hier noch mehr davon? Zufällig ja. Hoffentlich explodieren diese müdlichen Sachen nicht in meiner Tasche. Na, nicht ruckeln hier. So, ich werde die Folgen wieder so auf 20 Minuten machen. Wir hatten ja jetzt ein bisschen kürzere Folgen, aber ich denke mal, gerade jetzt hier, wo wir ein bisschen suchen gehen, ist es besser, wenn wir ein bisschen länger die Folgen machen. Rote Tulpe, genau dich brauche ich doch. Auf jeden Fall, wenn wir keine Wüste finden, haben wir schon mal ein bisschen Grün. So, aus dir kann ich doch jetzt auch die Dinger machen, wa? Ja, guck mal, das ist sogar noch ein bisschen grüner als... Toto. Welche brauche ich denn? Ähm, kurz gucken. Die grüneren, wa? Okay, ich würde sagen, es sind die. Naja, jetzt wird es natürlich dunkel. Wir haben keinen Schad gefunden. Wo kommen denn? Nehmen wir die mal hier alle mit. Ich hoffe, ich erkenne die Blumen jetzt noch, wenn es dunkel ist. Was wächst hier? Eine Pir. So, da haben wir noch was Rote. Nehmen wir auch mit. Arme, schöne Rose. Was wächst hier? Crash Nuts? Okay. Lass mal dran, den brauchen wir nicht. Zumindest jetzt nicht. So, mit Wüste sieht es ein bisschen eng aus, wa? Aber vielleicht haben wir auch schon genug. Warte mal, wie viel kriegen wir da raus jetzt? 14. Machen wir mal hier auch schon grünen Farben, äh, roten Farbenstoff draus. Okay, wir haben mehr grün gefunden als rot. Gut, da haben wir noch ein paar Tulpies und eine Rose. So, die Bienen brauchen die ja nicht, wa? So, die nehme ich auch mal mit. Wer weiß, wozu man sie braucht. Ey, mitkommen. So, auch wenn ich glaube, dass die ein bisschen zu dunkel sind für unseren grünen Farbstoff. Aber, hab ich sie jetzt eingesteckt? Hä? Okay. Keine Ahnung. Gut, ruckel mal wieder ein bisschen. Hier hätten wir ein Schäfchen. Guck mal. Und da hinten haben wir ganz viele Rosen. So, tut mir leid. Ich brauch doch nur ein Bett. Zweimal. Da hinten ist noch eins im Wasser. Aber hier hat doch gerade was gemäht, oder? Ähm. Da. So, gibt's was auf dem Hintern. Und dann holen wir uns mal hier schnell ein bisschen Holz. So. Und dann können wir schlafen. Und dann haben wir wenigstens hell. So. Zack. Achso, ich brauch ein Table, wa? Den müssen wir erstmal hinstellen. So. Denn. Bettchen bauen. Ich hoffe, das geht. Haben wir ein schönes weißes Bett. So. Fantasimo. Die brauch ich jetzt gerade nicht. Aber den würde ich schon gerne mitnehmen. Auch wenn wir drei davon haben. Ach, gute Nacht. Ja, Entschuldigung. Ihr müsst ein bisschen damit leben, dass ich gerade nur krank bin. Ich bin gerade sehr anfällig. So. Rosenbusch. Und der sieht rot aus. Wer, da kommt jetzt wieder irgendwie rosa raus. Ja. Zeig ich mal her. Das sieht doch rot aus. Oh ja. Jetzt haben wir viel rot. Das kann man dann auch gleich wieder klein machen. Ach, das sind wieder andere. Braunes Blütenblatt. Graues Blütenblatt. Achso. Ja, das macht einen Unterschied. Warte. Da haben wir noch eine Tulpe. War eine orange Tulpe. Entschuldigung. Pfingstrosen. Das war wieder rosa. Ne. Das brauchen wir nicht. Aber diese Rosenbüsche haben da ganz schön Farbe gebracht. Muss man mal sagen. So, 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 so. Wie viel brauchten wir denn jetzt hierfür überhaupt erstmal? Nur mal so zum Spaß. Einen, ne? Und einen Tonklumpen. Dann könnten wir uns das doch schon fast bauen, oder? Machen wir mal. Einen Tonklumpen. Testen wir einfach mal. Zack. Wie waren das? So, wa? So? Achso, ich habe keinen Lapis bei. Ach, toll. Danke. Gut, dann will ich noch nicht zurück. Ich will dann doch noch ein bisschen mehr Farbstoff haben. Können wir hier blauen Farbstoff raus zufällig? Blau OCD. Hellblau. Ach, geil. Hellblau ist wichtig. Das sind wieder die rosa Dinger. Die brauchen wir nicht. Mann, wie viel Farbstoff kann man denn hier machen? Rot haben wir jetzt eigentlich ein bisschen genug, oder? Grün hätten wir auch erstmal. Wir brauchen vielleicht was Blaues. Aber hier oben gibt es natürlich auch keinen Lapis, wo man mal kurz testen könnte, wa? Ich nehme mal die Rosen mit. Wenn wir sie am Ende nicht brauchen, können wir sie bei uns einpflanzen. Aber wir haben dann erstmal, wenn wir roten Farbstoff brauchen, noch ein bisschen Rot. Finde ich also wichtig. Das war das mal mitnehmen. Was ist denn das für ein schöner Stein? Brüchiger Stein. Sieht doch cool aus. Daraus könnte ich mir einen Boden vorstellen. Aber ich habe jetzt keine Lust, hier einen Steinbruch aufzumachen. Wir könnten im Grunde auch schon mal ein paar Sachen irgendwie in den Rucksack schmeißen, ne? Sachen, die wir vielleicht nicht brauchen. So was zum Beispiel. Ja, komm weg, damit brauchen wir nicht. Die Sachen brauchen wir auch nicht. Wir könnten vielleicht auch mal zwei davon ablegen. Die lasse ich mal im Inventar. So, das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Fleisch ist schön, nehmen wir mit. Dann sind die Schafis nicht umsonst gestorben. Hauptsache wir haben ein bisschen Platz im Inventar, ne? Finde ich recht wichtig. So, das sind dann wieder die braunen Blätter. Die brauchen wir dann wahrscheinlich auch nicht. Oh, was ist das denn? Sieht irgendwie cool aus. Ah, ich brauche eine Schere, wa? Kann ich die mit einer Schere mitnehmen? Könnten wir vielleicht auch irgendwo hinsetzen. Ja, die kann ich mitnehmen. So. Ups. Kann ich da draus auch grünen Farbstoff machen? Ne, natürlich nicht. So, ich brauche hier aber nicht. So. Pilze vielleicht. Kann man aus Pilzen Farbstoff machen? Nö. Okay. Dann weg damit. Dann brauchen wir die nicht. Wir suchen immer noch grünen Farbstoff, ne? So, nicht das war das Tier. Da haben wir noch ein bisschen ein paar Rosen. Die können wir mitnehmen. Die haben richtig viel Farbstoff gebracht. Und wenn sie nichts, nicht möglich sind, dann können wir so bei uns pflanzen, ne? So, das war auch noch mal grün. Grün, grün. Ich denke mal, wir haben jetzt echt genug Farbstoff, ne? Warte, waren nur vier? Na? 22, 28. Okay. Ich denke mal, das reicht. Und man sieht immer noch, wo wir gestorben sind. Sehr schön. So, die nehmen wir mit. Oh. Sind das vielleicht blaue Blumen? Können wir da draus blauen Farbstoff machen? Das war der ins Andritt, wa? Glaub nicht, dass wir das brauchen, oder? Na, steck mal wieder ein hier. Warte mal, gucken wir mal. Das sind hier ganz andere Sachen. Blaue Wolle, okay. Schön. Das ist nicht das, was wir brauchen. Hier, wa? Ach, cool. Jetzt können wir den Tisch bauen. Dann probieren wir es doch mal gleich aus. So, ein Tisch hinten. So. Dann badet so. Dann badet so. Ich weiß nicht, ob das wichtig ist. Ach so, wir müssen erst mal die blaue Blume da zerkracken. Machen wir es mal. So. Äh, denn so. Denn so. Jetzt interessiert mich mal rot, grün und blau. Okay. Rot, grün und blau. Und das klappt natürlich nicht, weil wir wahrscheinlich... ...immer das gleiche brauchen, wa? Obwohl, das ist doch immer gemischt, oder? Ist doch nicht egal, was wir da haben. Da haben sie... Na ja, gut. Roten Honigstopf brauche ich nur nicht, wa? Aber warum kann ich den nicht bauen? Ich habe doch alles. Ja, ich brauche wohl Lapis, ne? Das ist doch immer das gleiche. Grünfarbstoff, wo sind denn jetzt die grünen Blätter? Ach so, wir müssen erst mal... Warte mal. Warte mal. Ja, ich verstehe schon. Wo das Problem ist. Ne, das war es nicht. Hm. 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 Brauchen wir nochmal ein bisschen Holz. Wir sehen jetzt zu, dass wir das irgendwie gebaut kriegen. Ich hoffe, dass... Egal, welches Holz ich nehme. Gut, das war die letzte Axt. So, wir haben 20 Minuten. Dann würde ich sagen, machen wir für heute Schluss. Habe ich denn jetzt in der Tasche? Ja. Und dann werden wir mal in der nächsten Folge sehen, dass wir das zusammengebaut kriegen, ne? Dann sage ich mal, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin. Tschüss und bye bye.